Mr. Wirtz, Matt. Jo. Harris. Fies, Dicker. Weil der ist so scheiße da, aber ich seh dich, ich seh dich. Hahaha. Wupp, wupp. Hahaha. Komm, komm. Nein! Haha, durch die Wand. Durch die Wand. Wo ich noch mal. Ich halte nicht drauf. Ich halte nicht drauf. Das glaube ich hier. Was war das denn gerade? Mettbrötchen. Hm. Scheinlich holst du dir wieder 50 Kilogramm Mett vom Schlachter. Nein! Voll in die Fresse. Und dann feitigst du dann 50 Kilogramm Mett. Wo du dich denn cool fühlst. Die sind aber nicht so schlecht. Das ist nach Freikild Vorsprung. Andere werden nicht neidisch darüber. Wieso wäre nicht heute so schlecht? Das ist dann schlecht. Das ist dann dann schlecht. Muss eine andere Klasse wählen. Das wird uns überhaupt nicht. Nur weil ich gerade voll Rexor vorne bin. Äh, Hexor meine ich. Rexor ist ja... Ja, von Rugrats. Das ist schon leicht. Ja, komm mal hauen. Komm mal hauen. Kleines Kind. Ja, komm mal hauen. Komm mal hauen. Kleines Kind. Die Augen. Das ist was du willst. Hier, da kriegst du sie. Haha, ich bin so böse. Headshot mit der Pistole. Haha. Ja. Wie es aussieht, bin ich die ersten fünf Minuten. Ja, toll gemacht. Ficka. Was, du hast gerade meine Ansprache zerstört. Ja. So läuft das hier, ne? Haha, ich bin so böse. Ich bin so böse. Ich bin so böse. Ich bin so böse. Wie gesagt. Vom raus kleines Lämmchen, ich will spielen! Oh, ich hab noch gesehen, dass er pick dich. Ah, ja. das Spiel sind gleich zu Ende ich hab dich doch getroffen aber Moll hat immer gesagt du bist vor der Post zu spielen und wie es aussieht gewinn ich liegt in der ersten Runde ach schade wenn jemand mehr haben die März soll es als nächstes sein die nächsten fünf Minuten weiß ich nicht such dir was aus äh Slash Dörfmerk MPE Showdown Dörfmerk soll ich dich auch wieder nachbetten Und dann haben wir eigentlich auch gleich die ersten 10 Minuten fürs Video zusammen. Sagen wir mal 11 durch Wartezeiten für den Scheiß. Bettbrötchen, so bist du nur. Oh mein Gott, er hat mir in die Fresse geschaffen. Fika. Irgendwie kann ich heute echt nicht zielen. Es liegt nur daran, dass ich ein Ninja-Pil. Ein Hobo-Rolle-Shotgang. Bald auch in ihren Kinos. Fühlst du dich cool, weil du besser bist als die Person oder? Mhm. Das sind wie auf meine Geheimwahl brauchen. Ich spreche nicht vor meinem Penis. Ich hab nur auf den Kopf gefühlt. Ich glaub's nicht. Ich hab dir mit einer G3 auf deinen Kopf geschossen und erledigt dich nicht. Mach doch Jagannath aufs. Jetzt hab ich das bräuchte. Nix. Niemand bist du. Tl. Lass dich m choisnen gehen, damit auch mal die Hunde mit dir spielen. Ja und. Ich geb dich auch zu. Lass dich auch schlam fatigue, ich hab dich doch grad gesehen. Wo bist du Bixar, Hurmsus? Ich beleidige dich jetzt die ganze Zeit, einfach nur um mein Ego zu stärken. Wahrscheinlich sind wir laut dem Video die totalen Noob-Player, hahaha. Aber eigentlich geht es um die Kommissare, also um Abonnenten, wie überall. Abonnenten machen. Abonnenten machen. Ja. Bei riesigen und Nebenwirkungen abonnieren Sie diesen Channel. Na? Was? Bei riesigen und Nebenwirkungen abonnieren Sie diesen Channel. Genau. Fick dich. Ich hab dich noch gesehen. Ich hab dich noch gesehen. Nutz meine Eier. Boah, Tony. Nein! Mein Gott! Ich hab nie getötetet! Ich weiß es! Nein! 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 Mein Gott! Ich hab nie getötetet! Ich weiß es! Ah, ne! ich habe ich möchte ich mich nicht mehr mitfassend Eichhörig gut wo wir tun in der Nähe die mit von der Ecke der Autobeuer gottmodus Eibold aber mit dem Leben der Wuppe bei mir meine Beine stecken in der Treppe und ich bin nur ein Spiel gewinnen 1 und 2 also die Prozent die Weg und meine Ehre vorhalten wenn ich überhaupt eine Habe die Ehre spielen Nein, warst du nicht. Nein, warst du nicht. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Nicht zugeben. Oh, hol auf, hol auf. War noch ein Kind, wir sind unentschieden. Wo bist du? Oh, fick dich doch. Fick dich weg zum Homophores. Ich hätte fast geschafft. Tja. Das steht eins zu eins, ne? So klar ist unentschieden. Ja, dann warst du uns auf das erste Mal. Ja. Das war's. Ja, dann kannst du jetzt auch schön die Aufnahme auch abbrechen. Ja. Ja.